So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Samurai Warriors 4 2. So, wir machen die vorletzte Map hier. Wir hauen uns gleich rein, auf Normal. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den Cutscenes. Ich will Sie es nicht. Dann, ich will es. Wait, du hast, du hast einen Scherz-Sche zu Ksen-Sche. So, ich will. Ich bin der Tuyotomi-Sche, der Tuyotomi-Sche ist. Tuyotomi-Sche ist der Tuyotomi-Sche und ich bin der Tuyotomi-Sche. Ich kann nicht die Tuyotomi-Sche. Das ist natürlich auch ein eigenes Niemann. Ich glaube, ich habe mich an das Niemann und Herr Kieler, aber auch ein paar Jahre. 6 ist Niemann. Du hast schon gesagt, dass du Niemann hast. Du hast nur Niemann gesagt, dass du Niemann hast. Ich habe Niemann gesagt, dass du Niemann hast du Niemann und Trennungsverteidler. Du hast nicht gesagt, dass du Niemann hast, was du Niemann hast. Du hast nicht gesagt, warum ich meine Niemann habe. Ich habe mich geholfen, so... Das heißt, dass ich Kiyo-Masa-San und Masa-Nori-San mitgebracht habe. Ist das nicht anders? Saka... Ich habe mich geholfen. Ich habe mich geholfen. Ich habe mich geholfen. Kuchen. Kuchen. Hinzunay und Putin. Das ist einост interesse. Er hat sich in den letzten Jahren, mitzunatoren, mitzunatoren, und mitzunatoren, mitzunatoren und mitzunatoren. Einfach, Kiyo-Masa, Masa-Nori-La, 最前線で戦っていた武団派は 活躍の場をなくし不遇となっていた 慶長3年,秀吉が死ぬと 家康は関を切ったように 大名と隕石関係を結んでいく 三成は前田敏家と共にその動きを急断 家康は三成、利家と一旦和解した だが利家が死ぬと 世は再び揺れ動く そして清政、政典らが 三成を襲撃する事件が起きた 理想の章 三成の処理例 Das ist ganz schwer, wenn wir da mitnehmen. So, schauen wir mal, ob wir noch einen von den beiden irgendwie aufskillen können. Oh, der ist ja auch schon ummächtig. Naja, blaue haben wir noch ein bisschen was. Sonst war's also anscheinend. Da geht's auch nicht weiter. Und da grüne haben wir noch anscheinend. Ja, das war's. Gut, dann, let the battle begin, würde ich sagen. Und so wie immer die Karte. Na, dann gehen wir's an. Mal ganz kurz schauen. Ganz kurz. Da haben wir schon mal den ersten Fahnenschwenker. Eins. Mal weg. Jo, ich weiß eh, dass ich die niederbracken muss. Ich möchte nur die Fahnenschwenker da jetzt niederbracken. Oben rechts. Also da ist zu. Okay, passt. Gut, 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 gut. Na, dann gehen wir's an. Komm her, oder? Das nehmen wir uns mit. So, skill dich auf. Dann gehen wir mit ihm auf ihn los. Der ist näher dran. Zack. Zack. Wie ein Boss. Sehr gut. So, ja, okay, gut. Ich komm leider Gottes nicht weiter raus hier. Es wird Zeit, dass ihr irgendwas aufmacht. So, jetzt da. Okay. Da können wir ja auch noch lang gehen. Na, dann gehen wir da zuerst. Die KI rennt eh auf die andere Seite. So, eins. Zwei. Und das war's. Okay. So, das war mal der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Putz. Ah, nein. Das geht nicht. Das geht nicht so gut. Das heißt, ich muss zuerst tatsächlich die da da ausschalten. Da unten. So, jetzt soll's gehen. Ja, jetzt geht's. Schaut's. Na dann. Machen wir die Super-Ultimate. Auch wenn ich den Typen da jetzt nicht clean darf, ist mir das eigentlich ziemlich arsch. Hau rein, Alter. Ja. Ja, der Baracken-Heini hat natürlich überlebt, eh klar. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Und das nehmen wir auch mit. So, was machst du da unten? Ach so, du spielst dich da mit dem. Okay. Warte, ich hilf dir. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und skill dich ab. Da geben wir gleich eine. Dann nehmen wir den Typen da gleich mit. Zack, zack, zack. In Verbindung. Du wirst ja auch. Okay, du willst das ja nicht anders. Dann kriegst du es von mir genauso. Da geht's schon auf. Wack ihm um. Das sind ein Eater mit. Ja, schon wieder ein Pferd. Wahnsinn. Ich hab so wenig Pferde. So, komm her da. Ja, guck, du wirst du was da nicht beschränkt? Okay, komm. Alles klar. Das war das für mich. Zwei Schallen wir uns! Zack, zack! Das auch? So, wohin jetzt da? Jo, einmal nach oben! Wie wär's, wenn du dich mal da entscheidest? So, du wüsst nicht, dann kriegst du auch mit meinen Fächern in die Gospchen, mir ist wurscht. Und das überlebst du uns auch nicht. So, das nehmen wir uns auch mit. Wichtig. So, Baracke gehört auch mir. Sehr gut. Dreh die um. So. Komm auch wieder. Das Leibende ist, er kann so gut stunnen anscheinend. Haben die anderen überhaupt keine Chance da. So, da unten ist nichts mehr. Da geht es weiter. Okay. Moment, da ganz kurz. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Nämlich die KI nimmt das noch immer nicht mit. Warum auch immer. Und diesen Typen nehmen wir auch gleich mit. So, da oben haben wir dann noch einen stehen. Den holen wir uns jetzt auch noch gleich. Nämlich, die sind wir noch ein bisschen zu stark da. Also, mir ist eigentlich wurscht, aber sonst dauert das jetzt zu ewig. So, geht schon, mach mal. Die sind da schön eingepfercht. Die kommen da nicht raus, ey. Einer ist down. Und der zweite jetzt. So, zwei von zwei. Sehr gut. Wir rauchen da durch. Wir tun uns wieder aufladen da. So wie immer. So, was machst du? Der Typ ist nice, Alter. Er ist urschnell. Der Typ ist so. So, allerdings bringt mir das nicht sehr viel. So, da haben wir noch ein paar Rackentypen. Solange die da nichts aufmachen. Die müssen langsam aber sicher mal was aufmachen, da. das haben wir übersehen das ist wichtig so wie wäre es wenn du jetzt wirklich langsam mal irgendjahr genau da das ist gut das ist gut das gefällt mir warte ich komme ich eile ich fliege du bist gleich dort ich weiß danke ich habe ich noch erwischt geil okay so manchmal switch und darf recht sollte sein jawohl da ist auch schon sehr gut jetzt sehen wir mal seinen finnischer so er rennt schaffe das ist gut er ist ein wahnsinn erst er ist wie ein stier ich suche nur gerade den weg da ist er ja lauf nur auf mich zu lauf nur auf mich zu jawohl habe ich beide troffen glaub schon oder moment das trifft sich gerade gut oder was ist da jetzt und auch ein sehr gut haben wir beide erwischt ich habe schon oder ja hammer so charakter switch da unten hat auch irgendwo einer überlebt genau den da habe ich gesucht den bösen mann hier ja du kannst du die net so her damit ja toll an sind so machen wir mal die super ultimate mit ihm und heraus dass nicht seine ultimate ist wirklich leihmann finde ich schau uns was da alles liegt schau zu werden alle ist so war es das ich glaube schon oder langsam aber sicher sollte ich zum boss kommen oder na bis jetzt noch nicht also 600 ko super danke dass du mir das anzeigst das steht ja rechts nicht aber da dann nach hinten müssen wir gehen ok auf geht's ab geht's haben wir schon seine super ultimate sehen ich habe keine ahnung ich mache sie jetzt auf jeden fall so moment ich möchte schon beide jetzt drinnen haben ich weiß jetzt nicht mehr ob ich sie schon her gezeigt habe und ab geht's so 7 von 7 ok ob ich da jetzt da alle troffen habe weiß ich jetzt nicht auf jeden fall geile attacke muss ich sagen sorgt noch irgendetwas jetzt kann sie ja nur noch zum boss gehen sehr unmöglich macht die scheiß tür jetzt auf ich weiß ich tue mich gerade darauf vorbereiten so das war mal nummer eins der hat das tatsächlich überlebt und wieder ein level ab von den typen unglaublich ok gut anscheinend darf er die nicht machen der andere charakter läuft gerade runter da ist er der boss muss ich ihn mit ihm clean oder was ab bitte lasst mich jetzt mal da in ruhe naja ist nur ein target also ein ziel heute gut ich glaube ich glaube das ist der letzte oder er ist aber nicht der boss momentan wir machen ganz kurz wechsel machen dennoch vorher der platz so hast du denn jetzt auch schon blatt gemacht ich habe keine ahnung auf jeden fall sehe ich jetzt nichts wer blockt mich da ein ganz gewöhnlicher soldat respekt nicht schlecht ok gut das wollte ich jetzt nicht aber es wurscht so aufnehmen kann ich nicht so und so immer wieder mit dem standpunkt her ist mir das wurscht wo ist denn da der boss was muss ich jetzt machen also die reden schon wieder miteinander ich habe ja schon alles eingenommen oder so und jetzt das ist aber meiner jaja das ist mein baracken kapitän da also ich wüsste jetzt nicht was ich zu tun habe die ki rennt irgendwohin ich las mal die ki rennen vielleicht gibt es da drinnen irgendwo noch eine baracke die ich vielleicht übersehen habe wir gehen einmal da entlang übersehen na ja da bin ich ja noch gar nicht runtergegangen oder moment wir schauen uns das gleich an wir sind gleich dort so da gibt es mal nichts da könnte ich wieder runtergehen ok oh ja da war ich da war ich da war ich da war ich da sieht man es aber das war es noch nicht irgendwas muss man noch einnehmen da okay der will dass ich da verschiedene arten von leuten einfach nur massakriere sonst gar nichts wie man sieht da auf der karte diese blauen pfeile da aber ich folge denen halt einfach mal da rennt auch die ganze zeit die ki hin und irgendetwas muss dann halt dort sein was ihn halt stört zum beispiel da sind viele gegner die müssen wir halt ausmerzen nehme ich einmal an vielleicht gibt es auch noch irgendwo eine baracke da ist mal nix ok wir gehen einmal darum da würde ich mal vorschlagen und da links einfach gradwegs durch da kann ich gar nicht durchgehen ok da haben wir auf jeden fall mal eine waffe und was was soll ich jetzt machen was soll ich jetzt machen ich sitze jetzt 20 minuten da und es wird mir nichts angezeigt was ich tun soll super sie stehen einfach nur so da und machen nichts es ist echt 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 leihwand danke danke liebe ki was soll ich tun es steht nicht mal irgendwas da es blinkt auch nichts bei ihm blinkt irgendwas was auch immer es sein soll ich habe keine ahnung ich renne mal mit ihm da rein vielleicht will er unbedingt da rein in seinen palast ich habe keine ahnung nix nix da haben wir noch einen nahe der kann auch mal auch schon mir jetzt habe ich mich schon gefreut ah da ist er ja den habe ich die ganze zeit gesucht nein doch nicht nix na warte fack was soll ich ihn jetzt wirklich machen da werden tausender schon mit ihm killt aha jetzt redet er wieder aber ich glaube er hat sich nur gefreut ich habe einen tausender gekillt das war es auch schon ich habe keine ahnung die charaktere bewegen sich auch nicht es tut mir leid ich weiß es nicht entweder hat sich das spiel aufgehängt oder vielleicht nein ich sehe es gerade ich glaube ich sehe es ich bin meine ich bin mir jetzt nicht ganz sicher moment tatsächlich moment ich glaube ich muss alle alle roten gegner muss ich glaube ich töten ja aber nichts besseres zu tun da seht ihr das da oben das ist jetzt da wieder ein bisserl ein bisserl gewachsen jetzt wieder ich habe keine ahnung warum ich das machen muss ich glaube er ist näher daran ich probiere das jetzt das bleibt mir eh nichts anderes übrig aber man sieht die die kommandanten bewegen sich jetzt da aha ok jetzt redet er auch wieder das tut mir jetzt leid wenn ich jetzt nicht redet aber ich schaue die ganze zeit nur an die kurzen da sind noch welche da ist noch einer nein das ist jetzt nicht euer ernst dass ich das dass ich die komplette map da klären muss oder das kann doch nicht euer ernst sein oder und meine KI macht nix er bleibt einfach nur stehen also nicht nur die KI sondern halt auch die andere mit den Hauptmännern halt da oben ist es auf jeden fall noch rot da jetzt rechts und dann nach links das sollte eigentlich jetzt so das letzte sein da 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 Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Das tut mir leid. Ich sehe auch nichts mehr Rotes mehr auf der Map. Ich weiß es nicht. Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. 27 Minuten sitze ich jetzt schon da. 27 Minuten. 28 Minuten. denn Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Es tut mir unendlich leid. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich habe mich so gut geschlagen. Entweder hat sich das Spiel aufgehängt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Die KI bewegt sich auch nicht. Niemand bewegt sich. Okay, gut. Die bewegen sich halt. Die normalen Soldaten, ist eh klar. Aber ansonsten, als wäre es voll ignoriert. Das ist auch meins. Finde ich super. Aha. Jetzt muss ich da rauf gehen. Nein. Ach Gott, leck mich doch an. Ich wollte eigentlich das Pferd rufen. Jetzt muss ich nach oben links, hat er jetzt angezeigt. Ob das stimmt, ist natürlich jetzt etwas anderes. Ja, super toll. Ich kann das Pferd nicht rufen. Sehr nice. Wirklich. Ich drücke. Aber er pfeift nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das so das Spielprinzip. Auf jeden Fall da oben hat er das anzeigt. Mal schauen, was ich da jetzt machen muss. Nein, jetzt habe ich wieder falsch drückt. Ich drücke die ganze Zeit L3. Nämlich mit denen kann man das Pferd rufen. Ja, leider Gottes kommt es nur nicht. Ich bringe jetzt beide da mal rechts rauf. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst tun soll. Er ist auf jeden Fall der Anführer. Vielleicht muss er da rein. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Sonst habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. 30 Minuten. 30 Minuten. Und es wird mir nichts angezeigt, was ich tun soll. Ich möchte jetzt nicht aufhören, weil ich die Map jetzt schon fertig habe. Seid es mir nicht aufgefressen, dass ich auch keinen KZ setze. Aber na. Unbeschreiblich. Wir hätten nur da rauf gehen müssen, oder was? Wir hätten nur da rauf gehen müssen, oder was? Victory. Fick dich ins Knie. Da fliegt das Konfetti. Na gut. Geschafft ist geschafft. Wird halt jetzt mal eine Überlänge. Tut mir leid. Aber ich mache keinen Cut, nein. Nö. Super, danke. Und viel Spaß nochmals mit der Cutscene. Ich habe keine Ahnung. Wenn die Jäuern nicht so gut, ist, dass ich mich nicht verletzen. Ich habe das, dass ich mich für die Dinge anwenden, wenn ich... dass ich es nicht so lange hätte. Ich habe jetzt noch nie Gehäuse, dass ich mich umgekehrt und mich nicht mehr umgekehrt. Herr Tumiel, bitte auch, dass ich mich für die Gehäuse nicht selbst einem Gehäuse zu retten. Ich habe mich für die Gehäuse gescheitert. Ich habe nichts mit mir gemacht. Ich bin hier. Wenn ich hier einen Geist hatte, dann werde ich mich verlettern. Ich habe mich nicht so gemacht. Ich habe mich nicht mehr daran gesagt. Das ist es, das ist der Schluss. Ich werde mit dem Geist und dem Geist. So, das war's mit dem Part. Und im nächsten gibt's das große Finale. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Macht's gut! Tschüss, Baba! Euer Herzfehler.